So groß sieht er doch gar nicht aus. Ich hatte schon mal einen Business Rucksack zum Review. Link hier in der Infobox oder in der Videobeschreibung. Und da ging ja schon eine Menge rein. Aber in diesen Rucksack geht nochmal eine Menge mehr rein. Da geht der ganze, andere vollgepackte Rucksack komplett rein. Also nicht nur der Inhalt selbst, sondern der ganze Rucksack. So groß ist dieser hier. Und zusätzlich geht noch locker rein. Ein weiterer Laptop im Case. Mein großes Blaupunkt-Tablet. Ein Buch. Meine Hack5-Ausrüstung. Eine externe Festplatte hier von Orki. Eine Monster-Powerbank. Und Ladegerät von Lumsing. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Und noch viel mehr. Und das alles nicht einfach in einem großen Fach, wo man dann nichts findet. Nein, der Rucksack hat eine schöne Unterteilung. Bis zu 17 Zoll geht hier locker alles rein. Auch zum Beispiel drei große Lights-Ordner würden reinpassen. Und die Verarbeitung stimmt obendrein. Links wie immer in der Videobeschreibung.